Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich hoffe, Sie haben schöne Weihnachtsfeiertage im Kreise Ihrer Liebsten verbracht. Dieses Jahr natürlich nur im kleinen Kreis. Wir hatten ein besonderes Jahr. Das Jahr war geprägt von der Corona-Pandemie im Frühjahr beginnend und leider im Herbst mit einer zweiten, noch schwierigeren Welle, mit einem harten Lockdown, in dem wir uns derzeit befinden. Das war für uns alle eine große Herausforderung. Das war für Sie eine große Herausforderung. Sie mussten die Kinderbetreuung neu organisieren. Wir hatten die gesundheitlichen Herausforderungen. Ein Lockdown. Betriebe haben die Arbeit eingestellt. Vieles andere mehr. Eine große Belastungsprobe für jeden Einzelnen von uns, für Sie, für uns, für die Gesellschaft. Auch für uns als Verwaltung war es ein schwieriges Jahr. Wir waren natürlich gefordert als Verwaltung, als Ortspolizeibehörde. Wir haben natürlich auch den Betrieb organisieren müssen mit all unseren Einrichtungen und waren damit sehr, sehr stark gefordert. Der Krisenstab hat eine ganz, ganz tolle Arbeit geleistet. Und wir haben gesehen, die Gesellschaft ist zusammengerückt. Daher vielen Dank an alle, die sich um ihre Nächsten, um ihre Nachbarn, um Menschen in dieser Stadt gekümmert haben. Dennoch haben wir Themen auf den Weg gebracht. Parallel zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Wir haben eine Digitalisierungsstrategie entschieden, ein Integrationskonzept auf den Weg gebracht. Vieles andere mehr. Natürlich blicken wir jetzt alle hoffnungsvoll auf das nächste Jahr. Wir hoffen natürlich, dass das Impfen zügig vorangeht. Dass wir damit letztendlich die Pandemie in den Griff bekommen. Dass auch die Lockdown-Maßnahmen entsprechend wirken. Und insofern schauen wir optimistisch in das neue Jahr 2021. Auch hier werden wir viele Themen auf den Weg bringen. Ganz wichtiges Thema natürlich ist der Haushalt. Wir haben auch noch eine schwere Haushaltskrise, die wir bewältigen müssen. Dennoch investieren wir. Wir haben im Jahr 2020 einige wichtige Entscheidungen getroffen, deren Umsetzung wir im Jahr 2021 sehen werden. So werden zum Beispiel die Freieinlagen im Freibad saniert. Das wird ein Kunstrasenplatz im Bereich Alment gebaut. Wir haben dem Gemeinderat bereits vorgelegt, einen Vorschlag zum Verfahren rund um das Post-Volksbank-Areal mitten in der Innenstadt. Eine große Chance letztendlich für diese Stadt. Und hier werden wir das Wettbewerbsverfahren auf den Weg bringen. Ebenso zum Beispiel wie den Masterplan Schulen, wo es darum geht, dass wir unseren gesamten Bestand an Schulen, an Einrichtungen hier untersuchen wollen. Und mit dem Masterplan die Sanierung auf den Weg bringen wollen. Also allerhand los. Natürlich sehen wir uns alle nach Veranstaltungen, nach Aktivitäten. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass wir im nächsten Jahr planen, die Biennale durchzuführen. Natürlich kennen wir alle noch nicht die Regeln, die dann im Sommer exakt gelten werden. Aber auch da sind wir optimistisch. Die Planung läuft auf jeden Fall. Wir hoffen, dass wir uns sicherlich kleiner als sonst, aber mit der kleinen Biennale letztendlich nächstes Jahr, dass wir uns daran erfreuen können. Also Sie sehen, meine Damen und Herren, es ist einiges in der Pipeline. Wir freuen uns auf das neue Jahr, weil Sie vor allem, ich habe es vorher erwähnt, Stichwort Impfung, weil es vor allem hier einfach auch Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist. Ich wünsche Ihnen alles Gute für das neue Jahr. Bleiben Sie natürlich vor allem gesund. Für den Rutsch ins neue Jahr möchte ich nochmal dafür werben, dass Sie es möglichst im kleinen Kreis machen, dass Sie keine Risiken eingehen. Ich glaube, es lohnt sich, wenn wir gemeinschaftlich nach wie vor uns an die Abstands- und Hygieneregeln entsprechend halten. Insofern Ihnen nochmal alles Gute, meine Damen und Herren, für einen guten Rutsch, ein gutes, gesundes und glückliches neues Jahr 2021. Herzliche Grüße, Ihr Bernd Führinger.